Die vier Lichter des Hirten Simon 2000 Jahre ist es nun schon her, da hütete eine Gruppe Hirten im fernen Land Galiläa die Schafe. Es war ein grauer Tag, schwere Nebel lagen über dem Boden. Abdon, der Mann, dem die Schafe gehörten, schaute vergeblich nach der Sonne aus. So schickte er die Hirten auf eine höhere gelegene Wiese. Dort über dem Nebel sollten die Schafe weiden. Simon, ein vierten Junge von neun Jahren, war der Nebel unheimlich. Er drängte sich an Jakob, einen großen und starken Hirten, der ihm schützend die Arme um die Schultern legte. Da sprang ein kleines Lamm aus der Herde herbei und blörgte ängstlich. Jakob nahm das Lamm und legte es Simon in die Arme. Hier, sagte er, du darfst unser kleines Lamm tragen, fühlte es gut. Und Simon freute sich und ließ das Lamm nicht aus den Augen. Am späten Nachmittag wurde er müde. Den ganzen Tag hatte ihn das kleine Lamm mächtig auf Trab gehalten. Er setzte sich unter einen Olivenbaum, nahm das kleine Lamm in seine Arme und schloss müde die Augen. Das kleine Lamm kuschelte sich an ihn. Als er die Augen öffnete, stand Jakob vor ihm. Ernst blickte er Simon an und fragte, wo ist das Lamm? Simon erschrak, er musste eingeschlafen sein. Er sprang auf und rief nach dem Lamm, vergeblich. Komm, wir müssen die Herder heimtreiben, sagte Jakob. Traurig trottete Simon neben ihm her. Was würde Abdon sagen? Der war sehr verärgert, als sie ihm von dem Verlust des Lammes berichteten. Wütend schüttelte er Simon. Du machst dich sofort auf den Weg und suchst mein Lamm. Und wage es nicht, ohne mein Lamm zurückzukommen. Jakob machte sich Sorgen, Simon so ganz alleine gehen zu lassen. Er ging in seine Kammer und holte vier Lichter, die er einst von einem Wanderer mit Worten bekommen hatte. Diese Lichter werden dir im Dunkeln leuchten, der in Not ist. Diese Lichter gab nun Jakob an Simon weiter und sagte zu ihm, Trage diese Lichter, sie werden dir auf deinem Weg leuchten. Simon nahm die Lichter und machte sich auf den Weg. Der kleine Hirtenjunge muss nun sein Lamm suchen. Dabei könnt ihr ihn begleiten. Nehmt euch eines der bereitstehenden Lichter und macht euch mit Simon auf den Weg. Geht mit ihm auf die Suche nach seinem kleinen Lamm. Geht mit ihm auf dem Weg. Geht mit ihm auf den Weg. Geht mit ihm auf. Geht mit ihm auf. Vielen Dank.